Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den Police Simulator. Und ja, wir legen mal los, locken uns ein hier Dienstbeginn. Schönes Wochenende gehabt, schönen Tag, schönen Feierabend gehabt. Auftrag vielleicht identifizieren. Wir machen Verdächtigen identifizieren. Dann holen wir uns unsere Ausrüstung und aufgehend würde ich dann mal behaupten. Hat mich sehr gewundert, dass es bei euch echt sehr gut angekommen ist. Ich habe sogar den englischen Mark angesprochen. Ich habe auch gesehen, immer der vollste. Da hat es keiner. Ja, keine Angst. Ich werde es nur, wenn es notwendig ist. Genau. So. Und dann legen wir mal los hier, würde ich mal behaupten. Damit wir hier mal vom Kadetten wegkommen. Ich will nur hoffen, dass ich mein Auto und alles noch hier im Parkhaus habe. So, da steht da meine schöne Karre. Geld bekomme ich nicht, um mir eine neue Karre zu leisten. Ich glaube, die muss ich mir frei spielen. Okay. So, öffnen. Nein, da. Dann fahren wir mal. Fahren wir mal zum Einsatz. Oh, ist ja dunkel. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich glaube, der Ton ist ein bisschen zu laut. Das ist das etwas über Tampa. Wir haben zwei individuellen, beide bei den Schmerz. Ja, das war's gut. Wir haben zwei individuellen. Also kam bei den Schmerz. Das läuft vor der Tatort. Auf gehts! Da rennt er schon wieder weg. Da war wieder jemand mit den hohen Taschen unterwegs. Rote Hose, blaues Shirt. Suchen wir den nochmal. Rote Hose, blaues Shirt. Aber nicht der alte Tasche jetzt, oder? Wo haben wir denn den? Ich glaube ich war hier falsch rum rein. Der sieht doch schon danach aus. Der hat zwar eine Lederjacke an, aber auch eine Brille, aber... Oh. Oh. Wo könnte er denn sein? Ich bin... Auf vorne. Oh. Vorher wieder wegrennt. Hör mal den Ausweis. Ja. Ja. Felix Fortuna. Ja. Keine Aufzeichnung, nur bekannt. Okay. Okay. Ich taste dich trotzdem ab, mein Freund. Ja. Oh. Oh. Okay. Ich bin der Nachbar. Oh. 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 Victor Woods Keine Aufzeichnung mehr bekannt Scheint clean zu sein Das ist mir doch so Okay Oh, wieso denn so nervös? Charles Brown Keine Aufzeichnung Scheint auch clean zu sein Ich will den trotzdem Ich taste nicht trotzdem Das gibt's egal Ganz schön frech Pillen Wo könnte er sein? Wie laufst du denn? Hast du denn die Nacht hier was vor? Kannst du mir ein paar Ideen zeigen? Keine Auffälligkeiten Aber das heißt ja nicht, dass vornig kriminell sind Ja, das ist keine Ahnung Das ist keine Ahnung Ich werde dich beschweren Ich werde dich beschweren Bitte, aufhörst Was ist denn das denn? Warum ist die denn jetzt abgehauen? Das verstehe ich jetzt nicht. Was jetzt abgehauen ist, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das war ein Pack oder so. Der nächste Auftrag, der reinkommt, den nehmen wir einfach an. Die hat ja eine Crack-Five bei sich. Entschuldigung Leute, bist du müde heute? Ich versuche ihn ja zu finden. Ich war hier wieder falsch rum. Ja, aber könnte er denn sein? Da muss ich nicht rein. Oh, Entschuldigung. Aha. Du bleibst stehen. Rennen, mein Officer. Stehbleiben. Hier spricht die Polizei. Woher willst du weg? Du scheitst doch etwas. Todd Howard. Okay. Ja. So, prüfen, was ich jetzt hier bin. Be on the lookout for a black male adult wearing a red shirt. Are you carrying anything I should know about? That's none of your business. I'm gonna friske you. Please keep still. Oh, yeah. Don't you need a warrant for that? So, schnell zum Einsatz zur Hort. Ist doch alles ein bisschen schwerer, als ich dachte, ey. Hat irgendjemand nur geklaute Kreditkarte verwendet. Oh, das ist Platzwache. Ehrenmann. Okay. Arschloch. Los, ich wirst um Einsatz zur Hort. Los, ich wirst um Einsatz zur Hort. Boah, Junge. Mach Platz hier. Woher fahr ich denn hier? 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 Er findet doch mal keinen neuen GPS Pro. es ist ja echt schön und jetzt ist auf die Autobahn Ich bin gestört mit dir. Ich komme hier zu den harten Verbrechern. So. Stehen bleiben, Mister. Entschuldigung, ich muss dir eine Frage stellen. Bin ich in irgendwelchen Problemen, Officer? Alter! Er rennt weg! James Kingston. Krimineller. Ja. Auf jeden Fall hast du eine Kreditkarte dabei, Bitch. Bestohle Kreditkarte, Baummesser, alles klar, Dicker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tja, das war's, meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf drei. Auf drei. Auf drei. Auf drei. Auf drei.